Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem drücken. Hallo Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo Herr Lehmann. Hallo Heidi. Hallo Karl. Frank. Hallo ihr Lieben. Am kommenden Dienstag könnt ihr mich in einem Interview hören. Studio Car Dresden beim Herrn Lehmann. Ihr werdet ganz viele News über mich erfahren. Es gibt ganz vieles Neues zu berichten. Auch fürs kommende Jahr. Ganz aufregende, spannende Sachen. Da freue ich mich drauf. Freut ihr euch drauf? Kommenden Dienstag beim Herrn Lehmann. Studio Car Dresden. Und ich wünsche euch jetzt einfach eine wunderschöne Weihnachtszeit. Also vor allen Dingen die Vorweihnachtszeit, die ist ja so wunderschön. Und ich liebe diese Zeit und ich fahre selber auch gerade ein bisschen runter. Und genieße einfach diese besinnliche Zeit. Ich wünsche euch alles Liebe.